Hallo meine Lieben, heute machen wir Rotkrautnudeln mit Äpfeln. Ja und unsere Rotkrautnudeln sind so ähnlich wie Krautflecken, nur dass wir keine Flecken haben, sondern so Doppelspiral ist. Und wir nehmen kein Weißkraut her, sondern ein Rotkraut und verfeinert wird es mit Äpfeln und einem getrockneten Bärlauch. Aber sonst wird es ziemlich ähnlich gemacht, was wir hier haben. Wir haben hier eine weiße Zwiebel, wir nehmen rote oder gelbe Zwiebeln, einfach klein gewürfelt. Und die werden wir jetzt ein bisschen anschwitzen. Ich habe wieder Kokosöl verwendet zum Anschwitzen, ihr könnt aber jedes Pflanzenöl nehmen. Wie gehabt. Die Pasta habe ich schon in ordentlich Salzwasser vorgekocht, Alpente gekocht. Sie soll nicht zu weich sein, aber auch nicht zu gebiss sein. Und für das Kraut habe ich eben einfach so ganz fein gekocht. Hier kommt es mit einem Hobel. Und ein bisschen Gemüsebrühe habe ich mir noch vorbereitet. Da sehen wir dann erst wie viel das wir genau brauchen. So, da geben wir jetzt gleich das Rotkraut dazu. Ihr könnt das auch mit Weißkraut machen. Ihr habt hier einen ganzen kleinen Kopf. Wie würden wir den am Krieg gehabt haben? Mit ganz 300 Gramm. 300 Gramm, ja. Aber es kommt halt immer darauf an, welche Mengen was. Ihr wisst es am besten. Das große oder kleine Essen sagt, wie viele Leute das nicht essen. Aber eben, es kann da ruhig ordentlich Kraut sein. Das lassen wir jetzt ca. 5 Minuten dahin machen. Da gibt es jetzt gleich noch einen Schluck Balsamico Essig rein. Das sich auch gleich mit einarbeitet und einreduziert. Ca. 5 Minuten dann bin ich dabei. Schaut ihr euch? So, jetzt haben wir das schon ein bisschen angebraten. Rotkraut hat eine schöne Farbe. Das machen wir da in den Minuten schnell bis lang los. Da geben wir unsere Essen rein. Ich habe da jetzt rote, saftige, aber doch ein bisschen süße Äpfel genommen. Aber ihr könnt genauso auch keine Smiß nehmen und scheuerliche. Also ganz wurscht. Ich gehe jetzt ein bisschen unter da. Und dann habe ich da einen geprockneten Bärlauch. Den gebe ich da dazu. Also habe ich den jetzt verwendet. Der ist übrigens jetzt schon ein Jahr alt. Oder mehr als ein Jahr. Und rucht immer noch ganz hervorragend. Ich habe ihn in einem Boden. Rucht nicht verschlossen. Und ja, wirklich nur ein super Aroma. Das einzige Farbe ist nicht mehr schön grün. Er ist eher so hell und weiß. Aber ich mache jetzt einen Hammer. So, dann bierst du jetzt das Ganze mit ein bisschen Grün auf. Es soll nicht süß werden, sondern... Und dann lassen wir das bei mittlerer Hitze ein bisschen zurück. Lassen wir da die Flüssigkeit einreduzieren. Wir können jetzt schon ein paar Gruppen vom flüssigen Rauch dazu da. Falls ihr ein bisschen auch Rausaromen haben wollt. Und da sind wir dann die Flüssigkeit. Und da sind wir die Flüssigkeit. Und jetzt können wir es auch ein bisschen salzen. Ich nehme wieder mein Kupi-Simmerleihersalz. Dann einen kleinen Spritzer Zitronen- oder Miletensauft. Und einen kleinen Spritzer Sojasauce. Ich habe da wieder die mit Pilzgeschmack. Und das lassen wir jetzt nochmal so 5-6 Minuten die Flüssigkeit einreduzieren. Und dann bin ich dabei. So, jetzt hat sich das alles schön geschmeidig und weich gekocht. Die Apfeln sind auch weich. Jetzt haben wir auch schön die Vorwand genommen. Bisschen Sojasauce noch dazu. Aber eigentlich passt schon mit der Salzigkeit, mit der Säure und mit der Süße. Dann kommen unsere vorgekochten Nudeln rein. Die Pasta. Die kannst du wirklich wieder jede Pasta verwenden, die es dir haben macht. Das kann jetzt auch Buchweizenpasta sein oder Kichererbzenpasta. Das können Fleckerl sein oder Spirales. Mit Spaghetti glaube ich ist nicht so schön. Ja, das sollten schon kurze Nudeln sein. Eben. Besser sind aber so kurze, so Macaroni. Die Pfleckerl waren optimal. Aber die Apfeln sind super. So. So. Jetzt haben wir das ordentlich mischen. So. Dann probieren wir ihn nochmal vom Geschmack mit Nudeln. So. 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 Wenn sie ein bisschen sauciger sind. Jetzt kommt noch ein bisschen mehr Brühe rein. Aber mir passt das so perfekt. Ich finde das mit dem Rotkraut so schön, weil es farblich nicht ausschaut. Das ist das was mich normal bei den Krautpflecken oder so stört, weil die optisch nicht so schön sind. So. Und dann habe ich da noch einen veganen Sauerheim. Ich gebe mir da noch aus Garnitur drauf. Und wir sind fertig. Ja, Luca. Du frisst schon wieder sein Kind. Luca, du eine Tanna fressen. Ich wünsche euch wieder viel Spaß beim Nachmachen. Gutes Gelingen und sage Bye Bye. Bis zum nächsten Mal. Ciao.